Die ehemalige Benediktinerabtei St. Nikese ist ein abgegangenes Bauwerk in der französischen Stadt Reims im Departement Manet in der Region. Champagner-Adennes, den Namen des Reims-Herbischofs und Märtyrers Nikasius trägt nunmehr die 1923 im Viertel Schimmerwörter in Reims errichtete Kirche St. Nikese mit Ausstattung von Mauritz Edenes und Gustav-Louis-Jawelmes und Bleiglasfenstern von René Lalique. Geschichte Die Abteikirche, die als eines der Hauptwerke der gotischen Architektur gilt, wurde von 1231 bis 1263 von Hugues Lebaguer errichtet und von Robert D. Cousy vollendet. Die Fassade ist durch einen Stich von Nicolas Cézanne aus dem Jahr 1625 überliefert. Im Jahr 1799 wurde die Abtei abgebrochen. Auf ihrem Gelände befindet sich heute die Champagner-Kellerei Thet-Angers. Die Abteikirche entstand auf dem Gelände einer Kirche Saint-Agricol und Saint-Vital aus dem 4. Jahrhundert. St. Nikese wurde dort begraben. Es war die traditionellen Grabstätte der Bischöfe der Galore-Romanischen Zeit. Es wurde im Jahre 1060 durch ein Benediktiner-Institut für Pilger ersetzt. Obwohl viele Male repariert, war die Kirche im 12. Jahrhundert sehr baufällig. Das Projekt begann als eine prächtige Klosterkirche, ein Meisterwerk der gotischen Architektur in seiner Blütezeit. Im Jahr 1229 oder 1231 durch Hugues Lebaguer begonnen und 1263 von Robert D. Cousy vollendet. Sie wurde als Saint-Chapelle des Rimes bezeichnet. Lange Zeit zählte sie als eine der schönsten Kirchen in Frankreichs. Der Stich von Nikolaus Cezanne zeigt eine stattliche gotische Kirche mit von Spitzhelmen gekrönter Doppelturmfassade. Dreiecksgiebel mit drei Okuli und einer großen Fensterrose über zwei Spitzbogenfenstern. Und dann können Sie nicht mehr, wo es nicht mehr gibt, dass sich die Kirche in den ersten decorationsländern kreppenちゃbieren. So ein schaffstum-Stuch ist von der Konfläche, wo es nicht mehr gibt. So ein bisschen mehr, wo es nicht mehrfach Ne Logic-Doppelung erneutend zu sein. Vielen Dank.